Pfeff Die Natalie fragt mich, wie würdest du heißen, wenn du ein Mädchen wärst? Ah, diese Frage hab ich schon mindestens zwei bis drei mal beantwortet. Ja, okay, dann noch mal. Als Mädchen würd ich heißen Johannes Und ja, das ist ein Frauenname Und ja, der Witz wird niemals alt Und ja, ich heiße wirklich mit zweiten Namen Johannes Nicht, tschüss. Aber Leute, um ehrlich zu sein, ich glaube, dieser Witz war noch nie wirklich witzig. Eigentlich kann man das sogar mit jedem Namen machen. Victor Brunhilde Obama Coca Cola Ja, okay, nicht wirklich. Hallo. Die Louise fragt mich, wann kommt wieder ein neues Bento Brothers Video? Louise, hä, geh doch voll ab auf den Kanal. Okay, Leute, Spaß beiseite. Ab Montag geht es dann wirklich los. Der Merz fragt mich, kannst du mehr Videos mit Revi machen? Okay. Hi. Hallo. Jetzt fahr ab, Alter, ehrlich jetzt. Die Carina sagt, zeig mal bitte das letzte Foto aus Italien, was du gemacht hast. Warte, Leute, ich mach das mal schwarz-weiß, damit ihr es besser fühlen könnt. Ja, das war das letzte Foto. Ah, ne, da ist noch eins. Ein Elefanter. Leute, da fuhr da einfach so vorbei, ihr werdet mir nicht glauben, wie der hieß. Der hieß nämlich Johannes. Die Kette fragt mich, wie läuft es mit der Band? Das mit der Band war doch mal wirklich gar nicht ernst gemeint. Äh, was? Wir sind Platz 1? Zeit, einen neuen Song aufzunehmen. Tom? Ja? Vince? Nein! Der ist nicht da. Haben wir eine Vertretung? Ja! Bald erhältlich. Nicht! Humberto fragt mich, wie geht es weiter mit dir und Revi? Versuch dich zu überwinden und was Nettes zu schreiben. Also wenn ich was Nettes schreiben soll, dann würde ich es nicht auf Twitter machen, sondern ihm eher persönlich überreichen. Die Adelina fragt mich, wann machst du wieder ein Tanzvideo? Hab ich doch schon gemacht. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, der Link ist unten in der Beschreibung. Jetzt machst du auch noch Werbung für deinen eigenen Kanal? Alter, du hast dich mega verändert. Aber, aber... Fannygirly fragt mich, wie würde eine Mischung zwischen dir und einer Null aussehen? Hm, let's see. Badumtsch. Die Steffi fragt mich, wie würdest du aussehen, wenn du zu den Simpsons gehören würdest? Ich glaub, einfach nur ein bisschen gelber. Bevor ich jetzt irgendwie anfange, irgendwas hässliches zu zeichnen oder zu photoshoppen, lass ich euch mal lieber dran. Dann schauen wir doch einfach mal, was ihr gezeichnet habt. Not bad. Vielen Dank für eure Mischung. Mega coolen Zeichnungen. Aber ich glaube, ich kann das sogar noch ein bisschen besser. Ach, mach ich doch mal dran. Fresh. Kill it with fire. Der Sven fragt mich, gibt es Dinge, die du lieber nicht sagen wolltest zu bestimmten Personen? Ey, ja, da war doch etwas. Ich kann doch gar nix zu führen. Nein, Spaß Leute. Aber das war wirklich eine Sache, die der Simon zu mir gesagt hat, das erste Mal, wo wir uns kennengelernt haben. Das hat er dann ungefähr eine halbe Stunde gemacht. Und dann sind wir auf Loneboardtour gefahren. Juhu! Tainon sagt, ich gebe dir 5 Euro, wenn dieser Kommentar im Video ist. Thank you so much. Doch warte mal, was passiert, wenn ich das Kommentar öfters rein tue? Wow! Wow! Leute, ich bin reich! Das ist eine hohe Summe, die sie da besitzen. Ich möchte dieses Geld sehr gut anlegen. Deswegen bin ich ja auch bei Ihnen. Dann sollten Sie gut auf Ihr Geld aufpassen. Es gibt viele Diebe. Hä? Wo ist mein Geld? Sandrolino fragt mich, warum hat der John eigentlich keine Freundin? Hm. Ich weiß es auch nicht, aber ich mache dir ein Angebot. Falls Sie Interesse haben an einen koreanischen Single, dann rufen Sie einfach unter dieser Nummer hier an und gewinnen Sie einen gratis Staubsauger mit dazu. Hallo? Ja? Verkauft. Wieder ein Schnäppchen gemacht. Die Aline fragt mich, wie lautet deine Weisheit, die du uns aus Italien mitbringen kannst? Eine sehr gute Frage. Meine Weisheit lautet, egal wo ihr in Italien seid, fahrt niemals bei Jouts im Auto mit. Fuck the police coming straight from the underground. Der John sagt, du warst jetzt so lange weg, hast du dich erholt oder noch wieder Powerarbeit? Powerarbeit! Hm. Powerarbeit ja, aber diesmal in einem etwas anderen Bezug. Es passieren gerade einfach so viele Dinge. Der Vince und ich zum Beispiel, wir planen gerade ein Secret-Projekt. Wir müssen aus diesem Haus hier raus. John ist schwanger und mein Merchandise kommt bald. Ja, ich weiß, dass mit dem Merchandise zielt sich echt jetzt schon seit Monaten. Aber ich möchte, dass mein erstes T-Shirt einfach etwas ist, wo ich auch voll hinter stehen kann. Deswegen dauert das alles so lange. Und es werden demnächst auch ein paar aufwendigere Ideen verwirklicht. Also, falls mal kein Video online kommen sollte, dann wisst ihr, wo ihr mich finden könnt. Julia fragt mich, kannst du eine kleine Roomtour von deinem Zimmer machen? Die Mähler fragen mich, sind irgendwelche Cover geplant? Eins war geplant und wurde sogar angefangen, aber ich glaube nicht, dass es noch zu Ende gebracht wird. Aber hier könnt ihr mal hören, was daraus geworden wäre. Ja, Adelina fragt mich, was denkst du über Hater? Das sind auch Sachen, die ich schon in meinen vorherigen Videos erwähnt habe. Deswegen habe ich mir extra eine Playlist erstellt, nur mit meinen HeyJoo Videos. Für die Leute, die neu hier sind, HeyJoo sind Frage-Antwort-Videos. Ich verlinke diese Playlist einfach mal und vielleicht habt ihr irgendwann die übelste Langeweile. Und dann könnt ihr einfach die Playlist euch anschauen. Auf jeden Fall macht das so ein bisschen mehr Sinn, als wenn ich jede Frage immer wieder neu beantworte. So viele Frage-Antwort-Videos habe ich sowieso nicht gemacht. Der Link ist unten in der Beschreibung. Wieder Werbung für deinen eigenen Kanal. I give up fragt mich, was bedeutet Erfolg in deinem Leben? Nein Leute, mal ehrlich, Erfolg im Leben bedeutet für mich nicht aufzugeben. Und das ist wirklich einfacher gesagt als getan, denn wir werden jeden Tag mit so viel Scheiße konfrontiert. Also, liebe I give up, don't give up. So Leute, das war es dann auch schon. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann lasst mir doch einfach ein Abo da. Ich würde aber sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ich sehe dich. Das war die Folge, bis dann. Du willst nur osób über die Karten auf deine Verdeigung sondern losgef godlich. Bis dann, bis dann!